hallo liebe angelfreunde ich bin's euer christian und heute wieder am bach unterwegs wir haben es ziemlich kalt ist es winter und ich möchte es doch mal ein bisschen schwerer hier probieren wie ich das mache das zeige ich euch gleich auf jeden fall habe ich eine allround route in 30 bis 80 gramm wurfgewicht dabei so schwer habe ich dieses jahr noch nicht am bach geangelt will mal sehen ob das was gibt ansonsten werde ich euch später die verschiedenen bis anzeiger typen erklären habe ich nämlich einiges eingepackt ich hoffe ihr habt spaß bei dem video bis gleich drei meter dreißig ist natürlich hier am bach eine stolze länge aber wenn ich mich so ein stück zurücksetze ihr seht dass ich sitze hier mindestens zwei meter vom wasser weg dann reicht die route wenn ich sie mir aufs knie lege trotzdem noch bis mitte bach ich brauche also nicht so nah ans wasser ranzugehen besonders beim ansitz angeln ist es eine feine sache ich kann mich ein stück wegsetzen die fische kriegen auch nicht mit wenn ich meinen rucksack krame oder so selbst wenn ich mal aufstehe ich werde eh da hinten in dieser biegung fischen da habe ich ja meine größten fische hier gefangen gab es eine schöne barbe schöne döbel eine dicke nase habe ich hier gefangen auf sowas hoffe ich natürlich heute auch wieder die route hier von der firma senger die ist sauber verarbeitet wie alle routen aus dieser specialist serie die ist preiswert und gut kann ich nur empfehlen der blank der ist hier richtig schön schwarz und ihr seht diese carbon wicklungen dann kann man hier wenn man auf den wenn man den rollen halter packt dann hat man hier schön oben auf dem nackten blank den daumen also man hat den routenrohling schön zwischen den fingern merkt jeden bis das konnte ich schon bei den anderen modellen feststellen ich glaube ich habe jetzt fast jedes modell von dieser specialist serie und bin mit allen sehr zufrieden noch ein tolles feature ist hier der spitzen ring der ist richtig dick und wulstig mit diesem silizium carbid material also nicht einfach nur so eine dünne ringeinlage sondern wirklich dick und wulstig auf den spitzen ring da geht die meiste kraft besonders bei geflochtenen schnüren kann es da bei einem stressigen drill richtig heiß werden wenn der fisch mal schnur nimmt oder richtig druck auf diesem auf dieser spitze ist und dann auf diesem ring ist deswegen dieser wulstige ring der leitet natürlich viel mehr wärmer ab als so eine feine ringeinlage sehr sicher kann ich nur empfehlen ob ich sie am bach brauche bei der fischgröße das wage ich zu bezweifeln aber wer weiß wo man damit noch angelt und ist auf jeden fall sehr sicher ja 30 bis 80 gramm diese allround route damit ist sie so ziemlich für alles geeignet was man so fangen kann ob zum hecht angeln mit pose karpfen angeln auf grund oder auch hier an so einem bach auf aal oder sonst was also mit so einer allround route ist man relativ gut gerüstet und kann eigentlich fast alles damit machen jetzt kommt eine rolle dran und dann zeige ich euch mal wie ich hier heute angreifen werde zu der route gibt es auch von der firma sänger hier eine schöne freilauf rolle die habe ich sonst beim feeder angeln hier gefischt da lässt sich ein sehr feiner freilauf einstellen hier hinten der fisch kann dann also freischnur abziehen stellen jetzt etwas fester warum das erkläre ich euch gleich so ist schön bisschen loser noch so wenn man dann eine kurbelumdrehung macht springt der freilauf raus und man kann mit der normalen bremse drillen kann noch ein bisschen strammer so ist schön wunderbar ich habe hier eine 0,25 er mono viele schnur drauf auf jeden fall ausreichend um hier so gut wie jeden fisch zu bändigen einmal durch alle ringe das ist ärgerlich wenn ihr alles montiert habt und ihr merkt ihr habt einen ring vergessen und man kann alles noch mal neu machen deswegen immer gut aufpassen schnur durch jeden ring wunderbar so vorne sehe ich schon viel fisch aktivität hoffen wir dass ein paar größere bei sind dann kann ich jetzt die bremse noch mal einstellen freilauf raus ihr seht er gibt gerade schnur frei die gibt gerade schnur frei hier wunderbar so ist auf jeden fall die bremse schön eingestellt freilauf wieder an dann kann man besser montieren super jetzt zeige ich euch mal womit ich hier heute angeln werde wirkt heute alles sehr professionell am bach ich werde eine safety clip montage wie beim karpfen angeln fischen ziemlich schweres blei 70 gramm und dann habe ich hier zwei ricks gebunden mit beulie das sind kleine pop ups die da dran sind ich werde die pop ups aber nicht solo fischen dafür wäre das haar auch hier viel zu lang sondern ich werde grundfutter um den pop up kneten dass wir so einen schwebenden köder haben der gerade groß genug ist für so einen barben maul oder döbel maul und dann hoffe ich dass mit der selbsthack montage und diesem nadelscharfen haken der sich wirklich direkt das könnt ihr hier auf der hand ausprobieren der dreht sich direkt in die hand rein egal wie ihr den versucht über die hand zu ziehen der dreht sich rein und packt nadelscharf nadelspitz und ja ich denke mal dass es genauso klappt wie am fluss mit den fischen dass wir einfach einen richtig schönen biss bekommen kein gezitter erst sondern dass der fisch versucht den köder einzusaugen wieder auszuspucken sich in der strömung rumdreht und so und sich selber dann an dem spitzenhaken hakt ob das funktioniert das werden wir später sehen jetzt baue ich erstmal die montage zusammen ich werde zuerst mal dieses kleine kurze vorfach fischen weil das lange vorfach hier da wird der köder wahrscheinlich die strömung ist ziemlich stark sehr viel rumschwingen und nicht an ort und stelle liegen bleiben außerdem möchte ich ja dass der fisch den köder nur einsaugt und schon das gewicht des bleis hat also das vorfach möglichst klein und kurz ich habe hier ein flug carbon vorfach ist also fast unsichtbar dazu halt natürlich diese tubes hier aber die sind grün da sind ziemlich viele pflanzen im wasser werden wahrscheinlich auch nicht gesehen aber das ist alles theorie ob das funktioniert das sehen wir später die beulies habe ich übrigens wieder beim gregor geklaut diesmal sind sie ja nur der träger für den teig aber das schöne ist wenn der teig von kleinen fischen abgenibbelt wird ist trotzdem noch hier dieser beulie dran und es kann immer noch ein fisch beißen aber das ist auch wieder der theorie ich baue jetzt erstmal auf leute zuerst mal mische ich mir jetzt ein bisschen grundfutter an mit so einer tüte von einem kilo komme ich hier wirklich drei viermal angeln aus also da kann man echt sparsam mit sein denn ihr wollt die fische ja auch nicht überfüttern also mache ich das ding so ein viertel voll bisschen wasser dabei das habe ich ja schon öfter erklärt er zu wenig als zu viel weil zu nass klebt das einfach nur noch zusammen dann löst es sich am grund nicht mehr so schön auf so ein bisschen wasser wieder dann mache ich das wie beim gold waschen kann man schön hier drin mixen zum schluss muss ich dann doch die hände nehmen das riecht so lecker und süß wunderbar jetzt werde ich ein bisschen davon anfüttern so zwei drei mandarinen große ballen dass da eine schöne futterspur am grund ist einmal zweimal reicht schon so und dann hatte ich ja gesagt dass wir die boilies damit ummanteln deshalb nehme ich mir hier ein bisschen was macht nur ein bisschen feuchter und knete das etwas länger in der hand dass ich dann richtig schön teig draus gemacht bekomme der auch dann an dem boilie hält da könnte man theoretisch auch so eine kugelschreiber feder nehmen und die am haar anbinden und dann den teig darum kneten das geht auch der hält der teig auch sehr gut dran das blöde ist allerdings wenn einem dann kleinen fische den teig klauen hat man nur noch die kugelschreiber feder am haar und darauf beißt kein fisch mehr weil diese mini boilie den ich da drauf habe da ist es so dass auch die fische diesen mini boilie mögen und auch noch fressen würden das heißt man hat also immer noch ein eisen im feuer so ein bisschen kneten da könnte man jetzt noch ein bisschen paniermehl oder haferflocken vielleicht bisschen öl beitun vanillezucker oder sowas dann könnte man das noch zu einem schöneren geschmeidigeren teil kneten aber so geht das auch teig ist jetzt schon richtig geschmeidig bisschen länger noch kneten dann kriege ich den gleich schön in den kleinen boilie geknetet der boilie schwimmt der teig sinkt das heißt das ganze ich habe es im wasser gerade ausprobiert geht ganz langsam unter auch wenn da pflanzen liegen oder so bleibt das schön drauf liegen ist auch ein toller happen für ein böbel oder eine barbe das schwere blei hier ist extra so schwer damit nämlich der selbst hakeffekt funktioniert mit einem leichten blei da bewegt der fisch sich ein stück spuckt das ding wieder aus der haken bleibt zwar leicht in der lippe hängen aber das blei ist nicht schwer genug um den haken ein stück rein zu treiben das macht dieses schwere blei hier das sind so 80 90 gramm denke ich mal das werde ich jetzt natürlich nicht volle pulle da rein schmeißen weil das ist ein bisschen laut sondern mit der langen route kann ich es schön an den platz legen langsam absenken und dann die route zurück zum guten halter ablegen ja und dann hoffen wir mal dass da ein schöner fisch vorbeikommt und sich dieses ding hier schnappt ich habe heute noch einen zweiten routen halter dabei weil es hier sehr schlammig ist hat er die letzten tage wirklich nur geregnet dann liegt die route nicht im dreck da hinten liegt schön auf zwei routen halt dann ich kann die wirklich schön zum wasser ausrichten ich könnte jetzt noch ein bisschen schräg legen genau zu der stelle wo ich angeln dann wäre die biss anzeige noch besser aber ich habe eine selbst tag montage daran das heißt der fisch wird auf jeden fall sich erschrecken richtig schnur nehmen direkt so soll es sein so war es am fluss gewesen und so kenne ich das vom angeln mit der selbst tag montage das hier auch so funktioniert ist wirklich das erste mal dass ich hier so ange ja kleines gewässer sonst habe ich hier halt ihr kennt das mit wurm pose aufgrund leicht winkelpicker gefiedert und sowas aber hier mit so einem schweren gerät sage ich meist ja fast schon karpfen gerät und die montage ist karpfen gerät der haken ist ein bisschen kleiner und das vorfach ist ein bisschen dünner aber sonst das schon sehr speziell ob das hier funktioniert werde ich natürlich heute sehen aber warum sollte es hier nicht funktionieren hier gibt es auch größere fische größere barben größere döbel und sowas die werden sich so fangen lassen muss jetzt natürlich noch einer vorbeikommen das wasser ist sehr klar der bach ist ziemlich niedrig ich denke mal weil es so stark geregt und hat die letzten tage wurden hier die schleusen die es hier gibt aufgemacht um das regen wasser abzuführen und ja jetzt hat der bach natürlich ein bisschen wasser verloren sehr klar das wasser das wird zum größten teil regenwasser sein was hier eingetragen worden ist tja man kann sich die bedingungen halt nicht immer aussuchen sondern muss das nehmen was man hier bekommt aber bisher hat es hier immer toi 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 ein fisch gegeben bevor hier der erste fisch beißt gibt es noch die auflösung vom letzten gewinnspiel da hatte ich ja die sänger specialist rolle verlost an alle neuabonnenten gewonnen hat blubblub lustiger name blende ich hier noch mal ein schickt mir bitte eine e mail an big fish media web de auch hier eingeblendet mit einem foto von deinem google account du bist auf jeden fall einer der neuabonnenten und hast diese tolle rolle gewonnen viel spaß damit leute die übliche aktivität die ich hier sonst an meiner route ab die bleibt heute aus aber das habe ich erwartet denn sonst hatte ich ja maden oder ein wurm dran und auch viele kleine fische und kleinst fische dann am haken und auch dann dieses dauernde zittern in der spitze wo kleine fische irgendwie am haken probiert haben ein stückchen abzufressen von dem köder jetzt tut sich gar nichts die route liegt hier wie tot ich habe eben noch mal rausgezogen geguckt also der teig ist noch drum um den beulie ist alles noch so wie es sein soll aber es muss halt eben ein größerer fisch vorbeikommen ein relativ großer fisch also da müsste schon ein kapitalerer döbel kommen oder auch eine barbe oder sowas und sich dann diesen teigball nehmen und dann damit flüchten bisher hatte ich wie gesagt noch keine aktivität noch gar nichts ich habe ja diesen kleinen biss anzeige daran der ist an hat noch nicht gepiept ich gucke hier auch auf die spitze drauf ich hatte noch kein zittern in der spitze oder so das hatte ich erwartet ich hoffe jetzt einfach dass hier was großes vorbeischwimmt leider ist der bach wirklich sehr klar im moment das heißt dass sich wahrscheinlich die aktivität der größeren vorsichtigen fische auf die abendstunden begrenzt bis abends bleibe ich hier nicht aber ich habe noch ein paar stunden zeit wir haben jetzt mittag und ich hoffe einfach wenn ich mich hier ruhig verhalte und leise bin da liegt ja auch ein bisschen grundfutter am boden das heißt die kleinen fische werden da schon zugange sein und das grundfutter fressen das lockt vielleicht den ein oder anderen größeren fisch hier aus seinem unterstand heraus der sich dann den größeren teil klumpen schnappt tja so denke ich mir das so ist die theorie ob das wirklich funktioniert das werdet ihr später noch sehen ich bin auf jeden fall sehr gespannt und hoffe dass irgendwas bei ist ich habe jetzt auch keine würmer und nichts dabei ich habe zwar ein bisschen anderes gerät aber eine pose paar kleinere haken das habe ich aber keine anderen köder als diesen teig ja hier liegen ein paar wurmhaufen rum vielleicht habe ich mir gleich noch ein wurm aus um überhaupt irgendeinen fisch zu fangen wenn das hier mit den dicken fischen nicht funktioniert aber ich bin mir sicher die montage funktioniert hier so das würde ich natürlich auch gern beweisen das ist angeln leute noch eine stunde bei strahlendem sonnenschein und sieben grad außentemperatur der beulie mit dem teig ummantel sieht immer noch gut aus man sieht ja echt schön diese offene struktur da lösen sich also auch immer wieder kleine bestandteile ab ich denke da werden auch kleinen fische dran gewesen sein aber der großfisch der sich hier diese ganze kugel schnappt auf einmal ist jetzt nicht riesig also das muss kein riesendöbel oder eine riesenbarbe sein aber der größere fisch war noch nicht da gewesen und demnach gab es auch noch keinen bis hier und noch keinen fisch hier heute für mich hier ist es nicht riesig ja ich mache jetzt noch ein bisschen weiter ich will euch gleich noch die unterschiedlichen bis anzeiger typen erklären das kann ich ja machen auch wenn man nichts beißt ich hoffe aber wirklich dass da noch ein fisch geht und bleibt auf jeden fall dran das wetter habe ich genossen hier die letzten tage war es echt nur grau den ganzen tag regen von morgens bis abends und jetzt mal so ein sonnentag das immer was feines fisch wäre natürlich noch schöner ich werfe jetzt noch mal vorsichtig aus und zwar ich bin eben am ufer vorbeigegangen das ist so klar man sieht wirklich den grund und alles rechts das ufer ist so schön unterspült dass ich da die fische vermute und werde auf jeden fall meinen köder ganz nah an dieses rechte ufer legen und hoffen dass da dann größerer fisch aus der deckung kommt und sich diesen klumpen schnappt nachfüttern tue ich jetzt nichts weil ja die fischaktivität ist ja gering ich habe da auch keine bewegung mehr an der oberfläche oder so gesehen hoffen wir einfach dass einer kommt und sich diesen ballen hier schnappt wunderbar großer platsch aber wird hoffentlich keinen fisch verscheuchen gucken ob da einer vorbeikommt so schnur leicht gespannt freilauf auf dann hoffen wir mal dass da jetzt was geht liegt auf jeden fall jetzt schön an diesem unterspülten ufer da sind auch wasserpflanzen davor die wabern so richtig schön in der strömung und ja die fische stehen da drunter oder unter dem unterspülten ufer da ist die große erle die hier steht mit den wurzeln im wasser auf jeden fall sehr viele unterstände direkt am ufer und da liegt der köder jetzt ich denke mal dass an so einer stelle wenn das wasser jetzt so klar ist dass da abends mehr geht wenn dann die sonne so langsam untergeht und ja dann werden die großen fische ihre unterstände verlassen und auf nahrungssuche gehen jetzt nach den starken regenschauern ist natürlich auch viel nahrung eingespült worden würmer käfer schnecken alles da rein was noch so lebt im dezember naja gucken wir mal ich habe hier ein ganzes sammelsurium an biss anzeigern bestellt um euch mal zu zeigen wie die verschiedenen typen funktionieren ich habe mit allen schon geangelt die haben alle vor und nachteile und da sollte man den für sich und für die situation besten biss anzeiger heraussuchen also erstmal gibt es zwei verschiedene die optischen biss anzeiger wie zum beispiel das knicklicht kann man mit diesen knicklicht haltern hier an die spitze machen ist ganz einfach gibt es für verschiedene spitzendurchmesser der muss eine spitze von 2,6 bis 3 mm haben sollte man seine spitze mal ausmessen mit der schieblehre dann weiß man welchen man braucht dann hakt man das oben an die spitze ein und hier kommt das knicklicht dann dran das heißt man hat auf der spitze ein knicklicht mache ich sonst mit tesafilm tesafilm ist natürlich nicht gerade nachhaltig muss man jedes mal wieder abmachen neues tesafilm verwenden wegschmeißen so ein ding das kann man mehrfach verwenden wenn man die richtige größe hat und das schön auf der spitze sitzt das ist auch eine tolle art und weise sein knicklicht auf der spitze zu befestigen zeigt dann jeden biss an weil es halt optisch anzeigt die spitze bewegt sich es zuckt der fisch beißt dann haben wir sogenannte ring biss anzeige auch eine optische biss anzeige kann man auch in verbindung mit so einem biss anzeiger fischen wie ich den da vorne dran habe ganz easy das ding kann man sogar anleuchten dann leuchtet es im dunkeln hängt man einfach so in die schnur rein vor dem rutenhalter zieht ein bisschen schnur runter zeige ich gleich wenn der fisch beißt geht das ding dann langsam hoch und zeigt dann so den biss an außerdem hat der fisch wenig widerstand weil er noch keine schnur von der rolle von der bremse ziehen muss sondern erstmal nur dieses ding langsam hoch zieht sehr gut finde ich das zum raubfisch angeln zum beispiel beim zander angeln eignet sich so ein ding sehr gut auch in verbindung mit einem akustischen biss anzeiger der vorne auf dem anstatt des rutenhalters eingesetzt wird davor so ein ding dann kann der fisch erstmal langsam ziehen auch beim fallbiss wenn der fisch einem entgegen geschwommen kommt geht das ding je nach gewicht langsam runter zeigt also auch den fallbiss an dann haben wir hier die typische routenglocke hier einmal mit so einer krokodils klemme dran das heißt man kann die einfach an die rute klemmen so was nutzt man beim welsangeln sehr gerne wenn man hinter den ruten sitzt weil man kriegt den bis sofort mit kann dann das glöckchen abmachen anschlagen und hat den wels oder den fisch dann im drill das böde bei diesen glöckchen ist wenn ihr die ganze zeit an der rute sind dann hat man bei jedem auswerfen und köder kontrollieren hat man immer dieses geklingelt dann im ohr und auf die dauer ist dieses geklingelt sehr nervig man kann ihn natürlich auch in die schnur reinhängen so wie diesen ring biss anzeiger oder man verbindet hier den den ring mit dem glöckchen so hat man dann zwei sachen verbunden auch sehr gut wenn der ring zum beispiel dann hochgezogen wird und gegen die rute knallt dann wird es auch klingeln das glöckchen klingelt ja sehr leicht und sehr schnell dann hat man hier so eine optische und akustische bis anzeige hat man sehr gut miteinander verbunden kann man machen bisschen professioneller ist da hier so ein zwinger oder so ein pendel bis anzeiger den macht man auch einfach vor den bis anzeiger kann dann hier die schnur einhängen beim bis geht das ding dann langsam hoch oder wenn der fisch auf einen zugeschwommen kommt geht er langsam runter da haben wir eine ganze reihe bis anzeige ich zeige euch gleich noch meinen den ich hier verwende und dann baue ich die dinge mal ein und zeige euch mal wie die funktionieren dieser bis anzeiger hier der hat ein kleines röllchen mit zwei magneten wenn sich das röllchen dreht weil die schnur drüber zieht dann gibt es ein signal hier kann man die lautstärke einstellen laut leise je nachdem wie weit man von der route weg sitzt oder wenn man halt schläft nachts oder sonst was es gibt auch noch bis anzeiger wo man die tonhöhe einstellen kann wo man die farbe des lichtes einstellen kann also da gibt es tausend verschiedene arten sage ich mal manche haben sich bewährt und sind lang im geschäft hier die habe ich glaube ich seit ja seit 20 jahren die dinge und die haben mich noch nie im stich gelassen deswegen benutze ich die auch noch zeigt auf jeden fall sicher den bis an wichtig bei so dingern da müsst ihr euch darauf verlassen können weil es gibt nichts schlimmeres als wenn nachts oder so der bis anzeiger nicht piept ihr den bis verpasst und schlimmer noch die route ins wasser gezogen wird die route weg ist das natürlich sehr ärgerlich jetzt montiere ich diesen pendel bis anzeiger mal da drunter und dann kann man den hier in die schnur einhängen hier oben so zwei so ein bisschen strammer schön gerade ausgerichtet so jetzt haben wir das ding montiert ihr seht wenn ich hier dann ziehe dann geht der bis anzeiger hoch und wenn der fisch mir entgegengeschwommen kommt das war nämlich eben nicht der fall wenn ich nur diesen bis anzeiger verwende dann kriege ich keinen sogenannten fall bis mit der fisch kommt mir entgegengeschwommen das geht schön runter und ihr kriegt den bis trotzdem mit auch wenn der fisch weg schwimmt piept sehr praktisch kann man noch das gewicht einstellen wie ich eben erklärt habe hier ist es sehr schwer strömung hier im bach ist so stark und das blei ist so schwer dass da nichts passiert aber bei einem ganz leichten blei am see würde mir der jetzt schon das bei auf dem grund weg ziehen das will ich nicht oder auch hier ist es ganz leicht dann hat der fisch wenig widerstand wenn er zieht kann man einstellen wie man das braucht sehr praktisch kann man auch für den transport kann man die meistens hier abschieben dann kann man die sich so einpacken und den routen halter mit dem bis anzeiger zusammen und diesem teil kann man auch weg packen und am wasser wird das einfach wieder nur hier eingeklickst und das ding ist einsatzbereit sehr praktisch diese ring bis anzeiger wirklich die einfachsten hängt man einfach so in die schnur kann dann noch ein bisschen schnur geben kann ein bisschen hängen lassen hier unten wenn der fisch beißt selbst wenn man keinen bis anzeiger drauf hat sieht man halt wie das ding langsam in richtung rute wandert das kann man von seinem stuhl aus sehen selbst im augenwinkel kriegt man sowas mit wenn sich das so bewegt und dann weiß man man hat ein bis die bisse kommen manchmal so extrem dass das ding wirklich hochgerissen wird und an den ruten blank schlägt dann springt man auf jeden fall von seinem stuhl auf ich eben erklärt habe lässt sich sowas auch kombinieren mit so einem glöckchen das ist auch ein bisschen schwerer dann hängt man das glöckchen einfach mit dran und dann hört man jetzt selbst wenn ich eine biss anzeige hier ausmache hört man das glöckchen bei rabiaten bissen hier da kriegt man auf jeden fall was mit und hört ihr das glöckchen klingeln und sieht aus dem augenwinkel auch dann wie dieser ring hochgezogen wird ich ziehe es noch mal raus gucke ob alles noch unveränderter dran ist so wie es sein soll und ich glaube ich sitze jetzt zwei stunden hier hatte noch kein bis ich weiß nicht ob die großen fische wirklich nicht in aktion sind also sich irgendwo versteckt halten das wasser so sehr klar ich bin hier gerade mal die stellen abgegangen am wasser entlang und habe gesehen man sieht wirklich den grund und jede wasserpflanze ich habe auch keinen fisch gesehen also es ist wirklich so dass die fische sich versteckt in unterständen halten unter den pflanzenteppichen oder sonstwo und scheinbar nicht so richtig aktiv sind ich bin mir sicher dass meine methode hier funktioniert ich ziehe jetzt mal rein guck mal ob noch alles dran ist ja das sieht gut aus ihr seht das ist alles noch so wie es sein soll hat sich jetzt ein bisschen weiter aufgelöst hier aber immer noch schön ich denke mal das sinkt auch noch ich gucke mal eben da vorne geht noch ganz langsam unter also alles so wie ich mir das gedacht habe aber kein bis ich werde das noch mal ausprobieren wenn die bedingungen hier etwas besser sind aber um euch jetzt noch einen fisch zu zeigen werde ich jetzt hier irgendwo in der gegend ein wurm ausgraben ich habe hier noch ein paar wurmhaufen gesehen also die würmer scheinen aktiv zu sein auch hier im winter es war ja noch recht warm gab noch keinen richtigen bodenfrost wurm werde ich suchen wird um montieren kommt ein grundblei dran und es kommt ein kleinerer haken mit einem wurm drauf dran selbst hackmethode und wurm ist glaube ich nicht so gut da muss schon großer fisch dran reißen damit er sich den haken ins maul reißen ich möchte auch die kleineren hier mit fangen irgendwas soll noch beißen weil ganz ohne fisch möchte ich hier nicht nach hause gehen am bach habe ich auch noch nie also bin ich auch noch nie glaube ich und ja wurm kommt dran andere haken dran leichteres blei und dann gucken wir mal ob da noch was beißt hier vorne sieht man jetzt ganz deutlich diese wurmhaufen gutes zeichen dafür dass da auch würmer im boden sind besonders wenn die frisch sind ich stecke jetzt den rutenhalter mal rein das geht natürlich nur mit einem sehr stabilen rutenhalter meistens reicht schon wenn ihr so ein bisschen hin und her wackelt diese erschütterung die dann in den boden eindringen die sagt den würmern es regnet ihr müsst schnell raus aus euren höhlen und gängen und wenn dann das glück mitspielt dann kommt auch ein wurm hoch ansonsten muss man halt ein bisschen graben aber oft reicht da sieht man schon wie die würmer hochkommen sind natürlich sehr klein aber hier sieht man dann jetzt hoffen wir mal dass da noch ein größerer wurm rauskommt da kommt noch einer hoch also ich brauche wirklich nicht graben sondern einfach nur bewegen und für erschütterung im boden sorgen der war jetzt ein bisschen größer hier zwei davon würden ja schon reichen so leute das zum thema flexibel bleiben ich habe noch ein grund blei gefunden dann hier die kleine knotenschutz perle dann ganz einfach schlaufe in schlaufe vorfach haken und ein wurm habe ich gefunden wollen wir mal gucken ob da was beißt treffer anders unterspülte ufer hinsetzen jetzt muss ich die route natürlich wieder in der hand halten weil ja wird sich nicht selber haken sondern ich muss auf jeden fall anschlagen gucken wir mal ob da fische sind ansonsten wechseln wir die stelle mal und probieren woanders irgendwas müssen wir heute fangen selbst auf den wurm hier nicht direkt bis das war ja wirklich sonst an dieser stelle hier dass ich ausgeworfen habe und sich direkt die fische auf den köder gestürzt haben aber selbst hier mit dem schönen würmchen passiert jetzt nichts sofort scheint also tatsächlich an den bedingungen zu liegen und nicht an meiner selbst haak angel methode na ja hoffen wir mal auf mein glück wohl leute auf den wurm in den pflanzen ist er drin hier ist ein schöner döbel heftig ein schöner fetter döbel wahnsinn haken ganz vorne sitzen super ich mache ihn mal los und dann zeige ich den euch nochmal für so ein bachdöbel hier wirklich ein anständiges tierchen hat jetzt leider nicht auf meine selbst haak montage gebissen sondern auf meine flexibel umgebaute grundblei wurm montage aber so ist das manchmal ne man probiert und versucht und dann klappt es am ende doch irgendwie tolles tierchen herr leute es hat geklappt der döbel hat gebissen zwar nicht hier auf meinen ob meine selbst haak montage mit dem beulie und alles sondern auf ein einfaches grundblei perle und einen kleinen haken mit einem wurm drauf den ich hier selber gegraben oder gesammelt habe das hat funktioniert fisch hat gebissen ich bin entschneidert so ich werde jetzt auch zusammenpacken denn das war heute eine schwierige kiste wir hatten glasklares wasser niedrigen wasserstand den wetterwechsel noch dabei alles in allem war es heute wirklich nicht einfach gewesen ich konnte trotzdem hier den schönen döbel fangen der bach hat mich nicht im stich gelassen ich werde jetzt zusammenpacken nach hause für euch natürlich gibt es wieder ein kleines gewinnspiel ihr müsst einfach nur in die kommentare schreiben was wünscht ihr euch für 2021 habt ihr video ideen die realistisch sind und die sich vielleicht hier am bach oder am kleinen floß oder am see umsetzen lassen ich bin für jede idee dankbar wird daraus ein gewinner ziehen ein tolles überraschungspaket packen und demjenigen dann zuschicken ansonsten könnt ihr hier diese klamotten von big fish media im kanal bei youtube ist jetzt der shop integriert da könnt ihr einfach darauf zugreifen über spreadsheet dann klamotten kaufen wie ihr wollt das sind die pullis die ich hier anhabe ich habe mittlerweile schon ein paar davon sind sehr warm bequem und kapuzen pullis mag ich eh und das design gefällt mir sehr gut schlag zu wenn euch etwas gefällt leute falls ihr ideen habt was ich noch designen könnte vielleicht mützen kaffeetassen oder schlabber letztchen für babys dann schreibt das auch in die kommentare ich bin da für jede idee offen ja leute ich werde wie gesagt zusammenpacken nach hause bedanke mich bei euch für euren support dann dafür dass ihr mir hier immer an den kleinen bach folgt und so zahlreich einschaltet für die netten kommentare natürlich auch und wünsche euch und euren familien viel gesundheit eine schöne adventszeit falls wir uns vor weihnachten und den neuen jahren nicht mehr sehen dann natürlich auch schöne weihnachtsfeiertage und einen guten rutsch falls sie ans wasser kommt denn das ist ja noch erlaubt draußen in der natur alleine oder zu zweit habt spaß fangen paar schöne fische schaltet ab und ja genießt einfach bis dahin und bis zum nächsten mal bis im nächsten video euer christian im nächsten mal vom Untertitelung des ZDF, 2020